Warum? Die Frage nach dem Warum. Warum tut er das? Was gibt es ihm? Dominanz? Die einen Individuen haben gegenüber den anderen Individuen einen höheren sozialen Status. Worauf Letztere unterwürfig reagieren? Das Gegenteil von Dominanz ist Unterwürfigkeit. Subdominanz. Ich wollte nie unterwürfig sein. Ich wollte nie unterwürfig sein. Ich wollte nie unterwürfig sein. Ich wollte nie unterwürfig sein.